ich sehe die zeit nicht als eine treppe die stört mich jetzt jetzt ich bin ich mal gespannt was hier passiert von manchen stehen direkt davor das problem ist ich habe diesen scheiß baumodus das geht mir so auf den keks ja ich komme nicht da raus aus dem baumodus sich die sirene gehört also rakete startet frage ist jetzt nur was dann passiert was geschieht denn du bist ganz oben ich bin ja ganz unten guck grad doch hoch was steht denn jetzt boah der ton ist der schrill kapsel kapsel oh 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 das geht richtig über mich guck mal wo ich das ist über mir nächste riss noch ein riss oh gott die ganze welt geht kaputt die rakete fliegt doch in loot lake und dann explodiert die kugel ich glaube ich ich sehe die rakete ja die fliegt an mir vorbei zum glück habe ich so hoch gebaut da hinten bei mir hinten auf dem berg die insel schwebt auch noch mal kann auf der karte noch gucken wo man kann auf die karte noch gucken auf der karte ist alles noch da ja auf der karte brauchst du jetzt noch nichts gut oh oh es fliegt alles da ich weiß nicht die fliegen alle zusammen hä ja ne die sind alle da rein jetzt vielleicht passiert gar nichts oh oh doch ich möchte ruh nur um was ist da unten passiert ich will gerade da unten mal hin ich rufe nur noch loot lake ja loot lake versucht hat gar nichts ich weiß dieser baumhut alter mites mal ich rufe nur noch ich rufe nur noch mit einem Die Meteorik! Alter! Alter, sieht das komisch aus! Nett! Die Insel schwebt immer noch! Das sieht auch nix! Das hört sich schon mal zu, wie gut nicht! Irgendwas passiert, aber ich will nicht suchen! Da hinten man steht! Hier! Hier! Bei du dich! Was ist da? Oh mein Gott! Da fliegen alle weg! Endlich mal aus dem scheiß Bau-Modus raus! Was geschieht hier? Ja wir müssen ja von der Wende neue Maps, müssen wir ja von der Map runter! Ja! Und da hinten sieht man schon neue Maps! Guck! Vielleicht werden wir auch da hingeschossen! Oh! Oh oh! Von oben! Oh oh! Das heißt die ganze Insel jetzt zerstört wird! Ja! Alter! Der Metroid versucht da rein zu kommen! Kommt da auf! Das war's! Wir werden glaube ich wieder angezogen, oder? Ja! Ja! Ich kann mich doch nicht mehr bewegen! Ja! Strudel! Ja! 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 Zack! Fortnite zu Ende! Deinstalliert! Haha! Was geschieht jetzt? Das werden wir jetzt sehen! Hallo! Das war's! Er lädt! Ganz dunkel, dass man es nicht sieht! Da ist noch unten! Da! Ganz unten! Na! Bei mir sieht man gar nichts! Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil das unter dem Family Hack steht! Ja bei mir sieht runter nichts! Nicht? Ne! Bei mir sieht man es ganz leicht, ob man es unten gesehen! Jetzt ist es nicht! Ja doch! Jetzt ist auch nichts! Oh! Jetzt geht's weiter! Ich mach mal die Maus hier raus! Hä? Bei mir ist gar nichts! Bei dir dauert es doch schon länger als bei mir! Du darfst nicht vergessen! Du bist im WLAN! Oh! Video! Hä? Ist mein Konsole aus? Guck mal! Drück mal Start! Zum WLAN bin ich noch drinne! Hm! Dann guck bei mir! Was geschieht da? Ist bei dir Musik? Ich bin nur so ganz leise! Keine Musik in dem Sinne! Hä? Da unten steht verlassen! Ja ich verlasse das bestimmt nicht! Ich will ja wissen was da passiert! Passiert was oder nicht? Passiert was oder nicht? Das ist jetzt die große Frage! Da wird's schon weg! Da wird's größer! Ja schlops! Kommt grad noch was! Hä? Ich weiß nicht! Ja oder soll das nur heißer schon weg? Ah! Wie ist jetzt erst? Ah ich muss bei dir gucken! Geijo verlassen oder nicht? Keine Ahnung! Ich hab keinen Bock hier irgendwas zu verpassen! Aber ich glaub hier passiert nichts! Was? Ich glaub jetzt in 5 Minuten hier drin! Nee! Fortnite beenden! Steht da! Ich will ja nicht Fortnite beenden! Hä? Oder war's das jetzt mit Fortnite oder was? Gibt's keine Season 11? Oder kommt das? Also kann man heute kein Fortnite mehr drücken? Ich hab keine Ahnung, Kind! Für eins was du machen kannst, du kannst du verlassen drücken! Dann weiß ich was da passiert! Kannst du gar nichts drücken? Bei dir Standpunkt? Start mal das Spiel neu! Seh ich noch! Ja! Sonst sitzen wir hier noch in 8 Stunden und hier passiert gar nichts! Ich guck mal ob die Löffel überhaupt noch da ist! Aber ich kann hier nichts drücken! Ich kann ja bei dir gucken! Die lassen einen doch jetzt nicht einfach so in dem Spiel hängen! So! Ja, dass du die Gruppe verlassen hast, ist mir klar! Was passiert hier? Ich würde sagen, hier passiert gar nichts! Das und die ja? Ja, was weiß der überhaupt! Sind die aus dem Spiel rausgegangen, die anderen oder nicht? Was ist die? Was ist die? Ja, was weiß der überhaupt nicht? Ja! Ja, wenn ich auf YouTube YouTube Werbung bringe, wird es schon in Ordnung sein! Wenn wir wissen, ob die... Bei denen passiert auch nichts! Bei denen passiert auch nichts! Bei denen passiert auch nichts! Ich guck mal ob es jetzt, ob man jetzt verlassen muss oder nicht. Such nach Updates. Na Updates kommt keins, weil es ja nur ein Live Event ist. Der kommt auch rüber lohnen. Hier passiert einfach nichts. Und jetzt komm ich rein. Warte doch mal ab. Und das ist bei mir so alles gut. Ja. Bei dem schon schreiben sie auch vorbei. Tja. Das ist Fortnite. Aber bei dem steht auch kein... Ja gut, auf der Playstation. Tja. Und nun? Trink mir mal was. Also wenn das so geplant ist, kurz wäre es in Ordnung, aber jetzt ist es schon zu lang. Und ich komm in den Schrauben. Ja, du kommst nicht mehr rein. Kann man... Hä? Kommt die jetzt nicht mehr in die Lobby? Oder passiert nichts? Naja. Bei denen steht auch die Banschu kommen nicht rein, die sie neu gemacht haben. Tja. Tja. Wir sehen einen Bildschirm. Tja. 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 Anmeldung bei deinem Konto für Nintendo Online Service ist nicht möglich. Ah ja, starte einfach nochmal. Aber das traue ich dir auch zu, dass erstmal gar nichts ist. Wie ich gesagt habe, das war's mit Fortnite. Ansonsten kommt morgen um 7.11 Uhr, also kann man heute nicht mehr spielen. Keine Ahnung, Kind. Danke, Lukas. Wie viele Zuschauer hat der Standardskill? Ich möchte ja jeden Fall lesen. 300.000 Leute. Leck mich am Arsch. Wie viele bei dir? Vier. Okay. Ja, im Prinzip streamt grad jeder der Fortnite spielt oder was weiß ich. Aber ich kann nicht sagen, dass jetzt gar nichts passiert. Ich meine, so war ja alles okay, aber das jetzt ist bisschen mau. Ich glaube, das geht jetzt schon seit 3-4 Minuten so. Ich will halt unbedingt wissen, ob jetzt was passiert. Tja, das wollen irgendwie alle wissen, aber irgendwie passiert hier gar nichts. Tja, das ist ja. Wie viele Leute. Das ist Standardskill rausgegangen aus dem Spiel oder? Weil der nämlich nie in seinem Spiel drin ist. Ich lese im Chat auch. Ach, im Chat. Im Chat lese ich auch. Nur es geht einfach nichts mehr. Fortnite könnt ihr euch mal starten. Aber ich versuch nur grad das überhaupt zu lesen. Ja, das hier kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Oder die wollen das hier verlassen. Flo gegen Vorrang läuft. Flo gegen Vorrang läuft da nicht mehr nach Updates. Ich kann mal gucken, ob bei irgendwem irgendwas funktioniert. Oh, Jan, ich glaube auch. Das kann ja eigentlich nicht sein. Nein. Echt? Echt? Ich glaube nicht. Ich bin es Dienstag. Was ist das? Das müsste eigentlich das sein. Nope. Tatsächlich. Was ist das? Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil heute ist Sonntag. Season fängt immer Dienstag an. Dienstag ist immer... Ich bin ja gar nicht eigentlich sogar Donnerstag oder bin ich jetzt verkehrt. Donnerstags. Dienstag kommt... Nein, Dienstag. Dienstag kommt ja das Update immer. Donnerstags kommen nur die Aufgaben. Aber die fangen ja meistens direkt an, wenn ich mich... nicht, sondern von den Herstellern. Nein, dann kann ich ja wirklich nicht. Keine Ahnung, Jan, geh mal wieder vor die Tür. Was soll ich machen? Ich kann keinen Job hochladen, keine Aufgaben, nichts. YouTube-Karriere beendet. 500 Abonnenten. Feierabend. Tja... Dann würde ich mal sagen... So gehe ich jetzt Hähneputzen. Ich gehe duschen, mache den Stream aus. Lade das Video schnell noch hoch. Dann würde ich sagen... Jan, man sieht sich, schließt sich. Und in dem Sinne sage ich schon mal... Haut rein!